Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ich habe mir ja bereits schon andere Firewall-Lösungen angeguckt, namentlich IP Fire und Open Sense. Darum wird es Zeit, dass ich mir auch mal PF Sense angucke. Das Ganze installiere ich in einer Testumgebung und mache da so ein paar grundlegende Dinge. Ich gucke mir das einfach mal an. Dann erst mal so ein bisschen grundlegendes, PF Sense, was ist das überhaupt? Das ist eine Firewall-Distribution. Das Ganze wird entwickelt von, ja, Netgate heißt diese Firma, Rubicon Communications. Ja, die entwickeln das hauptsächlich. Das steht unter der Apache Lizenz Version 2 und die Basis ist ein FreeBSD. Und das gibt es nur für AMD64-Plattformen, also für PCs mit 64-Bit-CPUs. Die Abstammung dabei ist aus dem Moonwall-Projekt gegen PF Sense hervor. Dann habe ich auch noch mal geguckt, wie das jetzt mit Aktualisierungen ist, also wie oft die jetzt eine neue Version rausgeben. Und da habe ich geguckt im Zeitraum 2021 bis 2023. Wir haben jetzt den 24. Oktober, während ich das aufnehme. Und dort gab es insgesamt fünf verschiedene Versionen mit Funktions-Updates. Ja, vielleicht so als grobe Richtschnur dazu, wie dieses Projekt arbeitet, wie neue Versionen rauskommen. Damit ihr wisst, das wird immer noch weiterentwickelt. Wenn ihr das Ganze ausprobieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Downloads gibt es dort. Und wählt dann aus AMD64, also eine wirklich andere Wahl habt ihr nicht. Das andere ist, glaube ich, so eine Hardware-Appliance von NetGate. Also die habt ihr höchstwahrscheinlich nicht. Und dann nehmt immer DVD-Image und ISO. Unabhängig davon, ob ihr wirklich eine DVD brennen möchtet. Oder ob ihr das Ganze auf einen USB-Stick schreibt, um damit die Installation durchzuführen. Das Installationsmedium ist schnell runtergeladen. Ihr bekommt dann eine pf-sense-irgendwas-ISO.gz. Das ist eine komprimierte Datei. Und ihr braucht das entpackte ISO, damit ihr es weiterverwenden könnt auf einem USB-Stick oder auch auf einer DVD. Um das zu entpacken, nehmt ihr Gunzip und gebt das hier an. Und dann wird automatisch diese komprimierte Version von der ISO-Datei entpackt. Und dann könnt ihr es verwenden. Eine Variante wäre, das auf einen USB-Stick zu schreiben. Da könnt ihr auf der Kommandozeile DD nehmen. Da gibt man einmal an, welches die Quelldatei ist über IF für Input-File. Und wohin das Ganze geschrieben werden soll. Mit DD kann man Dateien und Geräte lesen und schreiben. Ihr könnt einen USB-Stick nehmen und den komplett auslesen. Jeden Sektor daraus ziehen, jeden einzelnen Block und in eine Datei schreiben. Oder man kann auch den umgekehrten Weg gehen, indem man hier eine Eingabedatei hat. Und das Ganze auf einen USB-Stick, auf eine externe Festplatte oder sonst irgendwas schreibt. OF ist Output-File und das kann eben eine Datei sein oder eine Gerätedatei, die ein spezielles Laufwerk repräsentiert. Passt dabei besonders auf, dass ihr auch wirklich das richtige Gerät nehmt. Also dev.sdx wird es in eurem System nicht geben. Guckt also genau nach, was euer USB-Stick für eine Gerätedatei hat und dann passt das entsprechend an. Über bs gibt man noch an, wie groß die Block-Size sein soll. Also wie viele Megabyte oder man kann auch größere Werte nehmen von der Eingabedatei auf einmal in die Ausgabedatei geschrieben werden sollen. Höhere Werte machen das bis zum gewissen Grad auch schneller. Aber mit 10 MB sollte das eigentlich ganz gut passen. Alternativ könnt ihr diese ISO-Datei auch auf eine DVD brennen, einen DVD-RW-Rohling und dann im Server direkt installieren, falls da noch ein DVD-Laufwerk drin sein sollte. Soweit zum Vorbereiten von dem Installationsmedium. Damit ihr euch so ein bisschen besser vorstellen könnt, worum es da geht, wie dieser Aufbau ist, habe ich so ein Schema gebaut. Das ist alles nachher virtuell in VirtualBox, werde ich das aufsetzen. Wir haben einmal mein Testnetz, also das Internet-WWW auf der einen Seite. Dann haben wir einen Router, der DHCP-Server für meine Firewall spielt. Der ist auch wiederum virtuell. Da ist technisch gesehen IP-Fire drin, also eine weitere Firewall-Distribution, die aber bloß die Funktion eines Routers übernimmt, also so wie die Fritzbox bei euch zu Hause. Das Ganze ist allerdings virtuell. Auf der einen Seite mit der einen Netzwerkkarte geht es nach draußen in mein Testnetz und mit der anderen virtuellen Netzwerkkarte geht es als red, als roter Netzwerkstrang in die Firewall, also die eigentliche Firewall, die PFSense rein. Über den roten Strang, da kommt das böse Netz quasi rein und die Firewall soll da Zugriffe blockieren, die potenziell gefährlich sind und dann nur das durchleiten in Green, also über das grüne Netzwerk an die zu schützenden PCs, beziehungsweise in meinem Fall die virtuellen Maschinen. Unter BSD ist die Netzwerkkartenbezeichnung ein bisschen anders, da heißt es dann EM0 und EM1 und nicht ETH01 und sonst was oder ENPS irgendwie blafasel wie unter Linux. Der Switch rechts unten, das ist auch wieder rein virtuell, das ist alles in VirtualBox so nachgebildet und VirtualBox stellt so transparent diese ganzen Netzwerkkomponenten bereit, sodass ihr keine wirklichen Switch auf dem Tisch braucht oder sowas. Um das Ganze noch ein bisschen einfacher zu machen, kann ich in VirtualBox diese Kabelverbindung, also vom Router zu PFSense und von PFSense zu meinem virtuellen Switch über gekapselte Netzwerke quasi abbilden. Also ich habe quasi ein rotes Kabel und ein grünes Kabel und den betreffenden Geräten, virtuellen Maschinen, sage ich denn, wie sie verbunden sind. Also dem Router gebe ich denn das Kabel RED, also das rote Kabel, weil es vom Router zu PFSense geht und PFSense verwendet das rote Kabel auf der einen Netzwerkschnittstelle Adapter 1 und das grüne Kabel auf dem Adapter 2, der an die virtuellen Maschinen geht, die PCs spielen, Desktop-Systeme spielen. Und diese PCs, die verwenden nur das grüne Kabel, die haben auch nur eine Netzwerkkarte, die direkt mit der PFSense verbunden ist und ja, über so einen virtuellen Switch, aber den sieht man in VirtualBox so nicht. So sieht es dann aus, wenn ich das erste Mal dieses Bootmedium starte, da kriege ich so ein Startmenü, wo ich auswählen kann, was ich denn machen möchte. Normalerweise läuft auch ein Countdown durch, den habe ich jetzt mal angehalten, damit wir das kurz mal uns angucken können. Dieser erste Punkt, Boot Multi-User, wird gestartet, wenn ich nichts tue und da ich es angehalten habe, muss ich jetzt hier Enter drücken. Ich könnte auch was anderes aussuchen, aber das möchte ich überhaupt nicht. So, also Enter. Dann fährt dieser BSD-Kernel hoch, startet so ein Init-System, sodass die einzelnen Prozesse gestartet werden, irgendwelche Treiber initialisiert werden und was weiß ich alles. Das ist relativ ähnlich wie bei so einem Linux-System, bloß dass es hier BSD ist und das so ein bisschen anders ist. Dann bekomme ich so einen Copyright-Hinweis. Das Ganze ist zwar freie Software, aber so ein paar Teile wegen Trademark, Logo und sonst irgendwas. Und hier unten, wo kommt es? Exportbeschränkung, weil die Verschlüsselung wahrscheinlich zu sicher ist. Ja, findet die USA das bloß so mäßig toll. Ja, gut, aber ich akzeptiere das jetzt, damit ich es verwenden kann. Und dann möchte ich das Ganze auch installieren. Ich möchte wahrscheinlich eher ein ZFS-Dateisystem haben. Ich habe da mich so ein bisschen eingelesen, aber ich habe keine Langzeiterfahrung, was jetzt besser ist, ZFS oder UFS. Bei PFSense haben sie ZFS jetzt als Standard genommen. Bei einer anderen Firewall-Distribution, da haben sie UFS noch genommen. Und die Begründung dafür, warum man vielleicht eher ZFS haben möchte, ist, im Falle eines Stromausfalls würde ZFS robuster sein, um einen konsistenten Zustand von dem Dateisystem wiederherzustellen. Müsst ihr wissen. Also ich würde es so lassen, wie es hier angemerkt ist. Also ZFS nehmen. Und jetzt kann ich sagen, wie ich das Ganze noch weiter konfigurieren möchte. Also ich kann hier noch ein bisschen festlegen, wie dieser ZFS-Pool heißen soll. Ob ich 4 KB Sektoren haben möchte. Das sollte zur Sektorgröße von eurer Festplatte oder von der SSD, von der Blockgröße irgendwie dahin passen, damit das besser optimierter ist. Ob wir das Dateisystem verschlüsseln möchten, die Boot-Variante, also über GPT soll es partitioniert werden, BIOS-System haben wir hier bei VirtualBox standardmäßig mit dabei. Ob wir eine Swap-Partition haben möchten. Ich würde das so lassen. Ich habe der virtuellen Maschine, der Firewall, 1 GB RAM gegeben. Ich denke mal, für meine Tests reicht das aus. Aber im wirklichen Leben kommt es darauf an, was ihr damit macht. Da braucht ihr am besten natürlich deutlich mehr Arbeitsspeicher. Kostet im Moment ja auch zum Glück nicht so viel. Und Swap ist immer so ein bisschen Absicherung, falls der Arbeitsspeicher dann doch mal vollläuft. Dann können wir die Swap-Partition theoretisch auch noch auf andere Festplatten-SSD spiegeln, wenn wir das wollten. Und auch noch verschlüsseln. Je nachdem, in welchem Bereich ihr euch befindet, ist es eventuell sogar sinnvoll, diese Verschlüsselung zu aktivieren. Also hier und dort. Wenn ihr sehr viel mit personenbezogenen Daten oder irgendwas hantiert, was der Geheimhaltung sehr stark unterliegt. Aber für mein Testszenario brauche ich das einfach nicht. Also wieder zurück zum ersten Punkt. Install. Und dann kann ich noch auswählen, ob ich ein RAID bauen möchte. Wenn ich jetzt mehrere Platten drin hätte, könnte ich auf jeder Platte genau denselben Informationsgehalt haben. Und wenn eine davon ausfällt oder so lange bis noch eine übrig bleibt, sind meine Daten nicht weg. Und ich könnte dann eine neue Platte oder mehrere Platten reinstecken. Und dann soll sich das auch wieder synchronisieren, dass wieder selbe Stand auf allen drauf ist. Ich hoffe, sowas funktioniert automatisch. Ja, ansonsten muss man das irgendwie per Hand machen. Aber da ich sowieso keine Redundanz habe, nehme ich den ersten Punkt hier und OK. Dann, worauf ich es installieren möchte, in meiner virtuellen Maschine habe ich nur eine virtuelle Festplatte drin. Also diese V-Box Hard Disk und die Bezeichnung dabei ist anders als bei Linux. Da würde die dann vielleicht SDA heißen. Und hier heißen die Platten unter BSD ADA 0 und die nächste heißt wahrscheinlich ADA 1 und so weiter. Da wähle ich einmal aus mit der Leertaste. Dann ist das Sternchen da. Und Enter für OK. Jetzt hätte ich nochmal die letzte Gelegenheit, die Installationen abzubrechen. Falls ich nur meine, oh, da sind vielleicht auch noch wertvolle Informationen auf der Platte drauf, dann kann ich hier nochmal No wählen. Aber eigentlich möchte ich es jetzt wirklich installieren und dabei wird alles überschrieben. Also Yes und dann geht es auch schon los. Und das Ganze ist auch wirklich sehr schnell. Da wird mehr oder weniger bloß ein Basissystem entpackt aus einer komprimierten Datei und wir sind auch durch. Ja, das war die Installation. Dann wähle ich jetzt einfach mal Reboot aus und gucke, ob dieses Installationsprogramm es auch schafft, das ISO, also die virtuelle CD aus dem Laufwerk auszuschmeißen. Nein, hat leider nicht geklappt. Also müsst ihr rausnehmen. Also ich mache hier einmal Medium entfernen, habt ihr jetzt nicht gesehen. Aber ihr müsstet denn den USB-Stick von eurem Server abziehen oder die CD oder DVD aus dem Laufwerk nehmen und den Neustart machen. Also ich starte jetzt nochmal neu und dann bootet das Ganze von Drive-C Doppelpunkt. Da haben wir jetzt wiederum dieses Boot-Menü. Das sieht genauso aus wie beim Installationsmedium, aber das installiert jetzt natürlich nicht nochmal neu. Das startet jetzt von der Festplatte hoch. Da werden jetzt einige Services hochgefahren bzw. auch konfiguriert. Ja, und dann sind wir jetzt wahrscheinlich gleich startklar damit. Was wir jetzt hier sehen können, nachdem das Ganze hochgefahren ist, wir haben zwei Netzwerke. Also Warn, das ist das, was zum Internet geht, bzw. zu der Fritzbox in meiner Logik. Das ist das rote Netzwerk. Das ist auf EM0. Also diese Netzwerkschnittstelle heißt unter BSD EM0, nicht so wie ETH0 unter Linux oder ENPS Blafasel Dingsbums. Und da haben wir von unserem, ja sagen wir mal Provider oder von der Fritzbox eine IP-Adresse gekriegt, also per DHCP. Und dann haben wir noch unser LAN, was im grünen Bereich liegt, also wo wir unsere Arbeitsplatzrechner oder in meinem Fall virtuelle Maschinen betreiben, die von dem Rest gekapselt werden sollen. Und da haben wir jetzt eine IP-Adresse schon statisch vergeben gekriegt durch das Setup, also 192, 168, 1 und 1 im 24er Netz. Und da könnten wir jetzt eine virtuelle Maschine dran stöpseln an dieses LAN-Kabel, an das grüne Kabel. Und dann sollten wir auch darüber die Oberfläche erreichen können. Das ist jetzt wiederum die virtuelle Maschine, die ich verwende, um mal was zu zeigen. Und diese virtuelle Maschine, die befindet sich jetzt an dem virtuellen grünen Kabel, also innerhalb von meinem geschützten Bereich, innerhalb von meinem Netzwerk. Ich möchte mir jetzt von meiner Firewall eine IP-Adressenzuordnung geben. Da habe ich ja so ein Profil, was DHCP heißt, was über DHCP eine IP-Adresse anfordert. Gehe ich einmal drauf und dann fluppdiwupp, dann ist das da angekommen. Und dann gucke ich mal, was ich da bekommen habe. Ich habe jetzt hier die 100 bekommen. Das ist vom letzten Mal noch. Da habe ich hier OpenSnitch angeguckt. Das ist auch so eine Personal Firewall. Auch sehr interessant. Guck das Video gerne dazu. So viel dazu. Also ich habe hier diese IP-Adresse von meiner PFSense bekommen im grünen Bereich. Und wenn ich jetzt die Oberfläche mir mal angucke, im Webbrowser hier, da habe ich noch ein bisschen mehr. Firewall gedöhnt. Da läuft jetzt die PFSense drauf und die stellt sich selbst ein SSL-Zertifikat aus, das mein Firefox hier nicht als vertrauenswürdig ansieht. Das ist aber ganz normal und das ist auch kein Sicherheitsproblem als solches. Bloß der Firefox kennt es nicht und von daher sage ich hier unten Risiko akzeptieren und fortfahren. Ich kann noch mal gucken, was da drin steht. Also dieses Zertifikat wurde ja genau jetzt, obwohl plus zwei Stunden noch drauf für unsere Zeitzone, wurde gerade eben ausgestellt. Und von PFSense, Web Configurator und so weiter. Also soweit so erwartbar. Also Risiko akzeptieren und fortfahren. Ich gebe hier jetzt das Passwort ein. Das ist ein Standardpasswort. Ich meine, es ist Admin und PFSense. Mal gucken. Ja, das ist sogar richtig. Und jetzt haben wir so eine Konfiguration, die wir so einmal durchgehen. Und ja, genau. Das schauen wir uns dann das nächste Mal an, denn ich muss jetzt los. So, neuer Tag und jetzt kann es auch schon weitergehen. Also wir haben dieses Einrichtungsprogramm hier vor uns, diese Seite. Und da gehen wir jetzt auf die nächste Seite mit Next. Eine kleine Werbungseinblendung. Ja, gut. Next. Hier legen wir fest, wie unsere PFSense Firewall heißen soll. Also wie der Hostname davon ist. PFSense ist doch eigentlich ganz gut. Bei der Domain, da können wir was anderes auswählen. Für unser lokales Netzwerk. Home und Arpa. Arpa.net war ja dieses ursprüngliche militärische Netzwerk, woraus das Internet hervorgegangen ist. Und ja, ich sage einfach mal Local LAN. Also ist ja unten auch ein Vorschlag. Ich nehme das einfach mal so. Hier unten können wir festlegen, was unsere DNS-Server sein sollen. Also unser primärer und der sekundäre DNS-Server. Ja, prinzipiell, ich bekomme ja einen DNS-Server von meinem Provider, von meiner Fritzbox oder sonst irgendwie zugeteilt, weil meine Firewall dazwischen sitzt. Also von daher würde ich das jetzt so lassen, wie es ist. Also nichts bahnt eintragen. Ihr könntet natürlich auch noch was anderes eintragen. Vielleicht, wenn ihr jetzt so ein Free-IPA noch in eurem System haben solltet, dann könntet das auch noch DNS-Server spielen. Dann legen wir fest, wie die Uhrzeit sein soll. Ich würde da jetzt wiederum irgendwas nehmen, was ja auch dem entspricht, wo ich mich so ungefähr befinde. Also ich bin nicht in Berlin, aber das ist die Zeitzone für Deutschland. Also Europe und Berlin. Next. Dann, wie das Internet angeschlossen sein sollte. Das ist normalerweise ja DHCP. Also wir haben ja so einen Router davor, ob der jetzt virtuell ist oder in echt. Und der gibt den anderen Geräten oder jetzt hier meiner Firewall über DHCP die Netzwerkeinstellung. Das sollten wir beibehalten. Und genauso wie die anderen Einstellungen hier üblicherweise leer lassen. Hier ist auch noch sowas wie pppoe, also falls unser Router auch noch Modem drin hätte, so ein DSL-Modem, dann könnte man das da irgendwie einstellen und andere Dinge. Aber üblicherweise ist das jetzt so einfach. Hier legen wir jetzt fest, wie die Konfiguration für mein grünes Netzwerk, also für das Netzwerk, an dem meine PCs sind oder in diesem Fall virtuelle Maschinen. Und hier lege ich fest, wie der IP-Adressbereich sein soll. Also das ist die Vorgabe. Und ich hätte da gern jetzt eine 100. Und 100.1 ist die pfSense selbst und die Netzwerkmaske, ja, üblicherweise auch 24. Next. Dann sollte ich hier noch mein Passwort ändern für die Benutzeroberfläche. Das sollte ich auch machen, denn dieses Passwort sollte möglichst sicher sein. Das brauche ich einmal für die Web-Oberfläche oder auch für SSH. Das ist dasselbe Passwort. So, und darüber habe ich es jetzt einmal gestartet, dass das insgesamt einmal umkonfiguriert wird. Und wir haben jetzt einen neuen IP-Adressbereich gekriegt. Also nicht hier die 1, sondern die 100. Von daher läuft jetzt die Verbindung zur alten IP-Adresse von der pfSense auch ins Leere. Darum muss ich hier einmal Verbindung trennen machen und hole mir über mein DHCP-Profil neue IP-Einstellungen. Und wenn ich hier jetzt mal gucke, dann habe ich jetzt hier die 110 gekriegt und vorher hatte ich die 1,100. Also das hat schon geklappt. Und dementsprechend muss ich hier auch die IP-Adresse von der pfSense anpassen. Und ja, der Firefox kennt diese IP-Adresse nicht. Da ist wiederum dieses selbstsignierte Zertifikat drauf. Also von daher nochmal wieder dasselbe. Risiko akzeptieren und fortfahren. Dann anmelden. Jetzt mit meinem neuen Passwort. Dann haben wir hier auch nochmal, ja, ein bisschen Lizenzkrempel, Trademark. Haben wir quasi schon gesehen. Aber muss ich hier jetzt nochmal abnicken. Warum auch ein zweites Mal? Scheint denen sehr wichtig zu sein. Dann könnt ihr hier noch bei so einer Umfrage mitmachen. Möchte ich jetzt aber auch nicht. Denn ich kenne mich ja eigentlich auch überhaupt noch nicht aus damit. Von daher ist so eine Nutzerumfrage im Moment eigentlich viel zu früh. Hier habe ich jetzt noch eine Aufgabenliste mit Dingen, die ich einstelle oder die vielleicht schon voreingestellt sind. So wie das erste hier. Kein Zugriff auf die Rechner im grünen Bereich von außen. Im grünen Bereich befinden sich ja meine Arbeitsplatzrechner oder virtuellen Maschinen. Und von außen, aus dem roten Bereich, aus dem Internetbereich sollte da überhaupt nichts durchkommen. Das ist allerdings auch standardmäßig so eingestellt. Ich denke mal, das ist bei jeder Firewall so. Das ist eine grundlegende Schutzfunktion. Dann möchte ich innerhalb von meinem grünen Bereich IP-Adressen per DHCP vergeben. Das haben wir gerade eben über dieses grundlegende Einrichtungsprogramm auch gemacht. Das ist schon fertig. Dann hätte ich auch gerne noch eine Port-Weiterleitung aus dem Internet, aus meinem roten Netzwerkbereich zu einem bestimmten Rechner an einem Port. Wenn ich jetzt einen Web-Server in meiner Firma betreiben möchte und der nach draußen natürlich ins Internet sollte, damit andere darauf zugreifen können, für die Firmen-Homepage zum Beispiel. Dann muss man dafür eine Port-Weiterleitung machen, sodass die Firewall sieht, aha, da fragt jetzt jemand danach nach einer verschlüsselten Verbindung für HTTPS. Und dann wird das weitergeleitet an den Server, der die Webseite hostet, wo ein Web-Server draufläuft. Dann möchte ich auch noch eine Gruppe oder mehrere Gruppen von IP-Adressen bilden, sodass ich so eine Gruppe habe für irgendwelche Services, auf die ich zugreifen darf oder auch nicht zugreifen darf. Und dass ich da in so einer Gruppe, so einer Liste, eine Menge von IP-Adressen oder auch vielleicht Host-Namen oder Domain-Namen drin habe, sodass ich das dann relativ einfach anpassen kann, indem ich die Liste innerhalb von dieser Gruppe anpasse. Und nicht bei jeder Netzwerk-Filterregel wieder angebe, ja, die IP-Adresse, die IP-Adresse und so weiter. Und sage, naja, alles was in der Gruppe ist, da kümmerst du dich jetzt drum. Genauso möchte ich auch gucken, ob ich Rechner in Gruppen verwalten kann, sodass ich vielleicht so eine Gruppe habe für Bürorechner, dann eine Gruppe für Automatisierungstechnik oder was weiß ich alles, sodass ich das denn einfacher machen kann, indem ich bloß Zugehörigkeiten zu der Gruppe eintrage, wieder Rechner rausnehme, wenn es anders ist und damit einfacher arbeiten kann. Ob sowas geht, mal gucken. Dann möchte ich auch noch den Zugriff von Rechnern komplett blockieren, dass die nirgendwo anders hin dürfen. Ja, oder den Internetzugang auch sperren. Üblicherweise ist es ja so, dass die Rechner innerhalb von meinem lokalen Netzwerk, dem grünen Bereich, aufs Internet zugreifen dürfen. Die dürfen sich erstmal alles angucken. Aber wie ich das so mache, dass ich erstmal alles sperre, also keinen Internetzugang ermögliche und dann eine Ausnahme für einzelne Webseiten, Internetadressen, Domains oder sowas erlaube. Also so eine Whitelist mache. Also erstmal alles verbieten und dann eine handverlesene Menge von Adressen wiederum freigeben. Mal gucken. So, ich möchte jetzt so eine Portweiterleitungsregel haben, damit ich meinen Webserver, der auf dem selben Gerät hier läuft, wie ich auch den Webbrowser ausführe, übers Internet verfügbar mache. Ich habe da jetzt ein bisschen rumprobiert und wieder eine Menge dazugelernt. Also damit ich das Ganze simulieren kann in meiner Testumgebung, muss ich das noch ein bisschen anders machen. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal das Grundlegende dafür. Wir gehen da erstmal auf Firewall und NAT. Dann machen wir hier eine Port Forwarding Regel, also auf Add drauf gehen. Und dann haben wir hier grundlegende Einstellungen. Also sowas wie, auf welchem Gerät soll auf eingehende Verbindungen gehört werden. Also das ist Warn, mein Internetnetzwerkgerät, worüber die Verbindungen von draußen reinkommen. Das ist also richtig. Genauso wie IPv4. Das ist üblicherweise auch noch das, was so verwendet wird. Ansonsten könnt ihr es auch umstellen. Und als Protokoll TCP haben wir hier. Das brauchen wir für einen Webseurer. Es gibt allerdings auch neuere Protokolle, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Dann geben wir an, wo die Verbindung entgegengenommen werden soll. Also Destination, Port, Range. Dann nehme ich hier 4 mal die 8 und da auch bis 4 mal die 8. Letztendlich wird auf dem Warnport, auf dem Port 4 mal die 8, auf Verbindung gewartet. Wenn sich da einer gegen verbindet, dann soll er weitergeleitet werden an meinen internen Server mit der IP-Adresse 1, 2, 2, 1, 6, 8, 1, 100. Das ist auch derselbe, worauf jetzt hier diese Apache-Seite läuft. Die wird standardmäßig mit dazu installiert, wenn ich ein Apache unter Ubuntu oder Linux Mint installiere. Ja genau und hier gebe ich jetzt noch den Port an, auf dem der Webseurer Verbindungen entgegen nimmt. Also normalerweise die 80. Ich könnte ja auch aus der Liste was auswählen, HTTP. Und dann gebe ich hier noch eine Beschreibung an, zum Beispiel Apache. Ja, also soweit wäre das Ganze funktional in der normalen Welt. Wenn ich jetzt von draußen, also aus dem wirklichen Internet, darauf zugreifen würde, dann sollte das Prinzip hier auch funktionieren. Da kommt einer an, an unserer öffentlichen IP-Adresse, auf dem Port 4 mal die 8 und dann wird er weitergeleitet zu diesem Web-Server hier. Da ich das Ganze aber in einer simulierten Umgebung habe, mit virtuellen Maschinen, klappt das so leider nicht. Das hat mich jetzt eine Menge Zeit gekostet, um das rauszufinden. Es liegt an NAT Reflection. Das ist so ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass NAT nicht innerhalb vom selben Netzwerk verwendet wird, sondern bloß für eingehende Verbindungen. Ist ja eigentlich auch richtig, aber so wie ich das Ganze simuliert habe, scheint das alles irgendwie noch als internes Netzwerk zu funktionieren. Von daher funktioniert das ohne, den Trick, der hier jetzt kommt, Enable, NAT und Proxy leider sonst nicht. So, das müsst ihr üblicherweise, wenn ihr es richtig betreibt, nicht so machen, aber in dem Fall für meinen Test-Umgebungsnetz hier brauchte ich das so. Einmal Apply Changes machen und dann ist einmal diese Port-Weiterleitungsregel hier aktiv und auch gleichzeitig noch eine Firewall-Regel, denn von außen ankommende Verbindungen auf dem WAN, also der WAN-Netzwerkkarte zum Internet, werden üblicherweise hier geblockt. Darum muss es hier eine extra Regel geben, die erlaubt, dass von draußen, also Source, irgendeine IP-Adresse aus dem Internet, irgendein Port aus dem Internet darf ankommen und dann über diese NAT-Weiterleitung auf den Port 80 bei meinem Apache auf diese IP-Adresse weitergeleitet werden. Ohne diese extra Regel hier würde das Ganze nicht funktionieren. Da wäre zwar eine NAT-Port-Weiterleitung eingerichtet, aber die Firewall blockt das weg und dann kriegen wir keine Verbindung. Und netterweise macht PFSense das gleich automatisch, also mit dem Anlegen von dieser NAT-Regel wird auch diese Firewall-freie Schaltungsregel automatisch mit angelegt. Wenn ich jetzt hier, da habe ich schon mal ausprobiert, das hier ist die IP-Adresse, die öffentliche IP-Adresse, die meine PFSense aus dem Internet hat. Und da ist jetzt diese Portnummer mit der 4xD8. Und wenn ich das denn anstarte, dann lädt sich die Seite hier und dann habe ich hier das mit dem Apache. Als Gegenstück einmal zum Gucken, wenn ich hier wiederum draufgehe, NAT und einmal den Bleistift verwende und auch wirklich draufklicke und unten das hier wegnehme, auf Disable setze, so wie es ja auch standardmäßig eingestellt ist. Einmal sage Save, Apply Changes und dann versuche diese Seite nochmal neu zu laden. Dann tut sich nichts, weil PFSense irgendwie meint, naja, du kriegst jetzt hier keinen NAT, du kommst nicht wirklich von draußen und von daher tun wir da jetzt mal gar nichts. Also ich muss für meine internen Tests wirklich hier unten sagen, das da und Save, Apply Changes, dann nochmal neu und schon geht das. Ja, gut. Wenn ihr sowas selbst mal simulieren wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr das macht und da spart ihr eine Menge Zeit, indem ihr das exakt so macht und nicht erst mal auf Grundlagenforschung und Ursachenforschung raus seid. Jetzt möchte ich noch so ein paar Gruppen bilden. Also das heißt hier Aliasis, da kann ich jetzt verschiedene Bündel machen, also mit IP-Adressen, mit Ports, mit URLs oder mit All. Ich möchte jetzt, was möchte ich denn eigentlich? Also wenn ich jetzt hier, ich mache mir mal so eine Gruppe für Host-Namen, also zum Beispiel für PCs nenne ich das jetzt mal. Da sollen jetzt alle Bürorechner, da möchte ich alle Bürorechner in so eine Alias-Gruppe aufnehmen und da sage ich jetzt hier die IP-Adresse von dem Rechner, wo ich gerade davor setze. Das ist dieser LM21 und sage hier Save. Dann muss ich hier jetzt nochmal Apply Changes wieder machen und dann habe ich hier so eine Gruppe mit Bürorechnern. Ich könnte da natürlich noch weitere IP-Adressen eintragen für andere Rechner, die ich dann auch noch in diese Bürorechnergruppe aufnehmen möchte. Als nächsten Punkt auf meiner Aufgabenliste habe ich noch, dass ich von meinen PCs, meinen Bürorechnern, auf einzelne ausgewählte Domains im Internet zugreifen darf, aber der Rest soll geblockt werden. Darum möchte ich mir auch nochmal so eine Liste machen mit erlaubten Domains. Ja, kommen wir gleich zu einem Fallstrick oder... Ja, also es ist verwirrt erstmal. Also mich hat es verwirrt, es hat viele andere auch verwirrt. Hier gibt es sowas, das heißt URLs. Das heißt allerdings nicht, dass ihr dort verschiedene Webadressen eingeben könnt und die in der Liste speichern und dann irgendwie sagen könnt, naja, darauf darf man zugreifen und auf die anderen nicht. So ist es leider nicht gemeint. Wir gehen da einmal kurz drauf. Das ist so gemeint, dass man irgendwo eine Liste, also eine Textdatei mit zum Beispiel IP-Adressen hochlädt, mit Portnummern hochlädt oder im anderen Format hier irgendwie was mit Tabellenformat hochlädt und dann die URL zu dieser Textdatei oder Tabellendatei angibt und dann lädt sich PFSense diese Liste runter und trägt diese IP-Adressen oder Portnummern direkt in die Firewall als Regeln ein oder ja, lädt die runter und dann könnt ihr damit Dinge tun. Also ihr könnt dort jetzt nicht sowas eingeben wie www.irgendwas da. Das geht nicht. So ist es nicht gedacht. Grundlegend arbeitet so eine Firewall auf IP-Basis, die guckt nach, aha, von wo kommt was, dürfen wir das reinlassen oder nicht und diese IP-Adressen, die werden abgespeichert und dann wird geguckt, aha, darf rein oder darf nicht. Also ganz primitiv, genauso ist es auch mit Portnummern. Die Firewall interessiert erstmal nicht, von welcher URL irgendwas kommt. Also im besten Fall löst die Firewall eine Domain auf und guckt nach, welche IP-Adresse dahinter ist und trägt diese IP-Adresse wiederum als Regel in der Tabelle mit den Firewall-Regeln ein. Aber ja, es wird nicht auf die wirkliche URL geguckt. Das ist vielleicht so ein grundlegendes Missverständnis, was hin und wieder mal auftaucht. Also von daher gehen wir jetzt hier wieder auf Aliases und IP, denn es sind ja IPs. Und ich möchte jetzt hier so eine Liste machen mit erlaubte www, also spezielle Domains, worauf ich zugreifen möchte. Und da ist vorausgewählt Hosts. Das kriegen wir ja auch in der Liste drin. Also da stehen ja auch diese URL-Dinger, aber wir brauchen Hosts. Und hier kann ich denn jetzt sowas eintragen, wie großhabermann.de zum Beispiel. Und dann sage ich hier Save. Und dann muss ich nochmal Apply machen. Und dann habe ich das als Domain hier drin, aber es wird intern wie eine IP-Adresse verwendet. Und da bei mir die IP-Adresse immer dieselbe ist, oder jedenfalls über eine sehr lange Zeit, ist das kein Problem. Problematisch wird das, wenn man jetzt was anderes nimmt. Ich sage jetzt mal Google.de. Da steht nicht bloß eine IP-Adresse hinter, sondern die haben einen riesigen Cluster mit verschiedenen Web-Servern. Und je nachdem, welcher Web-Server jetzt gerade wenig zu tun hat, da kriege ich dann neue Anfragen zugewiesen. Und Web-Server, die schon ganz gut ausgelastet sind, die bekommen dann keine zusätzlichen Anfragen mehr. Also da ist so eine Load-Balancing-Magie hinter. Und die Firewall, die ihr habt, die, ja, die sieht dann erhaft. Die eine IP-Adresse, die haben wir jetzt freigeschaltet, die darf es sein. Aber bei so einem Cluster, der denn hinter einer Domain stehen kann, antworten verschiedene IP-Adressen. Und wenn eure Firewall diese IP-Adressen nicht kennt, dann sagt die, nö, hier geht nun mal gar nichts. Jetzt als nächstes möchte ich noch, dass der Internet-Zugriff auf alles quasi verboten ist für meine Büro-Rechner. Und dafür brauche ich eine weitere Firewall-Regel, also Firewall und Rules. Dann hier Add. In meiner Regel steht drin Block. Also ich möchte Verbindungen zurückweisen, also dicht machen. Und das Interface ist LAN. Also mein grünes Netzwerk soll nicht mit der Außenwelt kommunizieren können. und als Ziel und Quelle Andy. Also komplett blocken. Das hat dann zur Folge, dass ich denn Seiten nicht mehr neu laden kann. Also hier sowas da, die Beschreibung, die Dokumentation von NetGate. Da kann ich nie mehr drauf zugreifen. Und ich kann auch nicht auf meine eigene Homepage zugreifen. Da passiert genau dasselbe. Da springt dieser Punkt hin und her. Aber es fließen keine Daten mehr. Genau. Also irgendwann Timeout und so. Das geht nicht. Und wenn ich hier jetzt eine, habe ich schon mal vorbereitet, eine weitere Regel mache, die spezielle Teile wiederum erlaubt, dann sage ich hier einmal eine Pass-Rule. Also darf durch. Und Interface wiederum LAN. Und dann sage ich hier bei Destination, also das Ziel, wohin die Rechner aus dem LAN dürfen. Single Host or Alias. Und dann kann ich hier, also ich muss was eintippen, aber das E reicht schon. Und dann wird der Rest ergänzt. Erlaubte WWW, also diese Alias-Liste mit den erlaubten Hostnamen, wohin, ja, eine Verbindung aufgenommen werden darf. Das habe ich denn da so drin. Genau. Und wenn ich jetzt hier sage Save. Und, ja, also, ihr habt das ja nicht. Also von daher ist es für euch standardmäßig aktiviert. Aber Apply Changes müsst ihr noch machen. Und wenn ich jetzt hier wieder draufgehe, dann kommt das durch. Und wenn ich nochmal versuche, die Seite aufzurufen, dann geht das nicht. Damit könnt ihr denn sehr gezielt festlegen, auf welche Domains, beziehungsweise die IP-Adressen, die dahinter stehen, zugreifen dürft oder nicht. Das war es dann auch für dieses Mal mit einem kleinen Streifzug durch PFSense, durch diese Firewall-Lösung, die natürlich noch deutlich mächtiger ist, als das, was ich jetzt gezeigt habe. Das, was ich jetzt so gezeigt habe, das ist das, was ich für ein Projekt brauche. Und, ja, macht es nach. Lasst es bleiben. Abonnieren. Glocke drücken. Bis dann. Und, ähm, tschüss. und, ähm, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020